Glückliche Bauern haben glückliche Rinder, oder? Rinder statt Kinder. Marco Fritsche, 40 Journalist, tätowierter Moderator, Kuhfetischist und Partnervermittler. Marco Fritsche ist zwar schwer schoccysüchtig, könnte aber auch nie auf Appenzöller, Südwürste und Rohschinken verzichten. Ihn macht Fleisch nicht nur glücklich, sondern auch schön und sexy. Trotzdem blieb er sehr geschockt. Sehr gut. Vor ihm ist kein Tier mehr sicher. Nicht mal zu Hause in der Küche. Dank Marco Fritsche dürfen wir endlich wieder richtig zuschlagen. Ich meine so richtig zuschlagen. Also beim Fleisch zuschlagen. An der Spitze des Fleischverbandes braucht es jetzt einen Macher. Gut, fangen wir an. Marco Fritsche, alles andere ist Beilage.